herzlich willkommen zurück zu rising world bei feinstem nebel dieser baum eben hat noch gegossen wie aus eimern und ich habe einfach nur mal schnell den schrank hier reingestellt dachte mir das ist eine gute idee ich werde jetzt noch mal ganz kurz etwas versuchen und zwar wurde ja gesagt dass man diese dinge hier irgendwie skalieren kann man gibt sie immer gleich aus okay so rum dass man die skalieren kann das ist tatsächlich so ich werde bekloppt wie süß dann kann ich dir rein stellen weiter geht's nicht weiter also kleiner werden sie jetzt aber nicht aber das heißt ich kann die wirklich hier rein stellen nebeneinander hier unten passen die rein guck mal hier leider nicht aber hier und da habe ich dann das ist ja geil ja was ist das denn für eine gute idee okay so machen wir das aber passen denn hier oben das leider sind diese sachen hier nicht ich krieg also kleiner kriege ich sie nicht ich würde einfach die vier dinge die wir haben hier einstellen ich hole erst mal den ganzen staff und hier machen wir denn so was rein hier so eisen eisen zeug steine auch mal das holz zeug hier erst mal somit rein bauteile gerne auch erstmal nur dass wir das so ein bisschen unterkriegen ja so dann machen wir hier war jetzt erstmal werkzeuge rein obwohl wir machen natürlich noch weitere truen aber ich glaube in so einem schrank diese truen stellen ist schon das ist echt schon sehr sehr cool leider passt das mit der justierung hier nicht so ganz aber wir wollen jetzt mal nicht pipsiger sein als der papst ja was für ein kack spruch okay ich hole mal die anderen ist sachen aus der tour damit ich nicht den gleichen fehler mache wie beim letzten mal das fand ich nämlich nicht so geil alle ganzen bauteile holz und so mache ich hier noch mit rein wir müssen sofort anfangen anzubauen ich habe kaum noch nahrung wir müssen irgendwann noch mal melonen samen suchen das ist leider leider verloren gegangen beim letzten mal das ärgert mich immer noch sehr so alles andere haben wir aber so ein bisschen handfertig noch und die märchen hatten wir noch und mais aber mir fehlen und kürbis zwei stück oder so zwei samen aber mir fehlt halt absolut na sag schnell was soll ich als durcheinander mir fehlen die melonen so bauteile leider mache ich hier auch mit rein eisen so und dann packe ich erst mal auf die schnelle noch die ganzen setzlinge und so packe ich erst mal hier noch mit rein wenn ich den rest noch unterkriege und altes werkzeug machen wir in irgendeine andere trug wir werden das natürlich noch verändern später aber ich will erst mal das nur sichern kurz so die geräusche sind irgendwie cool aufheben aufheben wie viel platz haben wir noch ein bisschen haben wir noch können wir alles mitnehmen sehr sehr cool dass das so funktioniert mit dem klein machen das heißt aber auch ich kann die schenke größer machen richtig mache ich aber nicht nein schenke mache ich nicht größer so und diese schlafding stellen wir erst mal unten daneben wir können leider noch kein bett bauen weil ich dafür stoff brauche und für stoff brauchen wir hanf und hanf ist habe ich da noch hanf ob hanf auch ein bisschen radie müssen wir anbauen so warte ich packe erst mal hier ganzen diese ganzen sachen rein stein platten die dinger so und hier haben wir das hier noch den schrank stellen wir noch hin und hier sind die ganzen nahrungsmittel die klatschen wir da noch hin so ok dann haben wir noch die vierte truhe können wir das nochmal kopieren bitte das kopiert er nicht ja schade ok hä wieso achso der hat ja auch die größe ok ok wieso ging das hier aber hier nicht ja ok den werden wir denn noch das werden wir noch mal umräumen das ist mir gerade irgendwie nix wir mal was versuchen und zwar mit dem schrank hier wenn wir den einfach größer machen hallo wenn wir den jetzt größer machen so in der größe guck mal passt dann eine truhe da super rein so da ist ja jetzt nix drinne den können wir nochmal mitnehmen hast dann eine truhe super rein jetzt habe ich die wieder normal groß lass mal gucken also hier schon da nicht immer noch nicht also hier auch hier könnten glaube ich sogar drei rein hier oben könnten jetzt drei rein und hier unten könnten auch drei rein und das würde ich ziemlich cool finden aber im prinzip ist es nicht wesentlich anders als jetzt hier ach ach wie machen wir das ne wir machen das wir machen das ich nehme den wieder weg und baue den schrank ab wir nehmen die original größte der schränke weil ich das irgendwie finde ich das hier zu mächtig so ok gut und hier überlegen wir uns noch was vielleicht lasse ich die truhen jetzt erstmal da drin und die andere warte mal diese hier kann ich das wieder zurücksetzen konnte man das nochmal zurücksetzen oder das ging da auch irgendwie auf f1 warte mal f1 1 liebe truhe ich hätte dich gerne wieder in normal so 1 1 ist das die normale größe ja ne alles auf 1 ich glaube das ist die normale größe ok dann stelle ich dich erstmal kurz hier hin so gut wo machen wir jetzt die werkbank gehen ich würde sagen die moderne werkbank stellen wir ich muss den ich muss anbauen verdammt nochmal gar keine zeit für sowas hier gerade wir kommen wir bauen jetzt an diese werkbank hätte ich gerne hier brauche meine werkzeuge und die werkbank können wir ja auch noch hinstellen den ambos wo ist der ambos wo komm her kleiner sieht irgendwie kacke aus das haus aber richtig kacke die schindeln hätten ruhig dunkler sein können und das hier mit dem überlappen ist irgendwie alles so ein bisschen weiß ich nicht kacke so dich stelle ich hier hin so jetzt schnappe ich mir meine hacke und dann gucken wir mal dass wir hier ein beet hinkriegen ich weiß zwar noch nicht genau wie aber wir werden wir werden es sehen so wo ist meine hacke 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 das ist sicher hier hacke aus stahl so kann ich dann jetzt einfach hier so ein kleines beet machen hier so hier das hier so ja das sieht gut aus okay das ist irgendwie anders als vorher das wird ich will das auch gar nicht so ebenmäßig haben leute das sollte ein bisschen so ein schöner naturgarten werden wenn du verstehst ne super gefällt mir guck mal schönes beet so lass mal kurz gucken nach den samen gießen müssen wir glaube ich nicht oder müssen wir hier auch gießen so wir haben kürbis wir haben kürbis wir haben kürbis wir haben mais wir haben den haben wir nicht mehr wasser melone keine ahnung was auch immer hickory ist bürge hanfasern fichte hanf und karotten genau sehr gut so die möchte ich jetzt gerne setzen mal gucken wie viel platz wir brauchen wird erstmal ein querbeet also ein querbeet beet sein also querbeet beet sein sieht jetzt schon richtig kacke aus ich glaube das müssen wir nochmal neu machen was habe ich hier gerade in der hand mürchen ähm kann ich dir einfach so setzen wie ich lustig bin oh gott ähm gab's ja nicht irgendwie raster genau das machen wir wir machen raster da haben wir nämlich auch leichte snap punkte das finde ich ganz gut wie viel habe ich noch sechs so hier sind die mürn so okay dann brauchen wir äh mais ne kürbis ne wir machen erstmal mais wie viel haben wir sieben drei vier fünf sechs sieben wir wollen ja später noch mehr davon haben dann brauchen wir äh hanf wieso habe ich jetzt die mürnien gepackt naja hanf auf der vier haben wir fünfzehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ich habe irgendwie einen unter die erde gebackt glaube ich elf zwölf dreizehn vierzehn vierzehn einen habe ich aus versehen unter die erde gebackt so und dann machen wir hier noch den kürbis hin so hier kommt kürbis hin ok so das ist jetzt erstmal provisorisches anbau gebiet vielleicht lassen wir es so vielleicht ebene ich das noch ein bisschen ein vielleicht machen wir noch einen schönen zaun drum ich weiß noch nicht genau ehrlich gesagt ich möchte ungern dass das hier alles so äh aussieht wie planiert ja ich möchte gerne eine schöne naturlandschaft haben müssen wir gucken ob wir das hier ein bisschen gerade hinkriegen dass ich hier noch einen zaun rumbauen kann dann machen wir hier verschiedene beete später werden wir mehr samen haben ich muss aber wahrscheinlich erstmal in die natur raus um samen zu holen ok das ging jetzt wirklich schnell ne muss ich die jetzt gießen gibt es eine gießkanne gibt keine gießkanne trockengestell gibt es aber wir haben noch keine kein fleisch oder fisch oder sowas können wir alles noch nicht machen ähm wofür ist das da können wir items drin lagern ein behälter welcher mit wasser gefüllt werden ach ach guck aha möchte gerne die beiden fässer bauen ich würde auch gerne ein bett bauen aber wir haben noch keinen stoff muss mal gucken fackeln brauchen wir auf jeden fall brauchen aber noch ein paar stöcke oder wand fackeln wären auch cool was soll das sein was soll das sein so vor der krippe für später irgendwann auf vogelhäuschen auch so cool einfach eine standuhr eine wanduhr aber ich glaube nicht dass wir wirklich die zeit sehen können und hier können wir wirklich sachen reinschmeißen die wir nicht mehr brauchen okay also es gibt keine gießkanne ich bin unsicher ob wir damals eine gießkanne verwendet haben ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so taschenlampe maßband leere blaupause ach so die wollte ich auch noch kopieren mist ja das wollte ich auch noch machen klappt wahrscheinlich nicht in der oh in der heutigen ähm folge ja das brauchen wir 16 eisenplatten seid ihr wahnsinnig sage mal das ist ja unfassbar teuer so die müssen wir auch noch hinstellen das ist unfassbar teuer muss ich jetzt mal so sagen 16 eisenplatten na klar ich mach mal noch ein paar also warte mal erstmal stellen wir den noch hin so der ist mir ein bisschen groß ich glaube den stelle ich hier an die tür so dann die kleine hässliche werkbank von hier so hin ne können wir auch als tisch nutzen glaube ich und dann haben wir noch das spinnrad das sehe ich auch hier irgendwie oder hier oben drauf ne doch nicht so ok dann machen wir mal noch ein paar eisenplatten unfassbar wie teuer so ne so ne gießkanne ist gut wo haben wir die jetzt gehabt Waffen ne Ausrüstung ne so ok dann werde ich mal ein bisschen Wasser organisieren ich habe gleich schon wieder Hunger aber wir müssen ja gießen also ich gehe davon aus dass wir gießen müssen wie kann ich denn jetzt wie kann ich denn jetzt wie kann ich denn jetzt ausrüsten 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 aber wie bekomme ich da jetzt Wasser rein oh hier ist noch ne Leiter na ich lass die erstmal da stehen kann es sein dass ich ein Holzfass bauen muss mit Wasser drinnen wie kann ich denn hier Wasser rein machen ok ok es ist irgendwie ok es ist irgendwie so hier Einrichtung Moment wir hatten die Holzfässer hier welches mit Wasser gefüllt werden kann aber wie fülle ich das denn mit Wasser erstmal brauchen wir klassische Holzbretter so und dann mache ich hier so ein Holzfass aber ich bezweifle irgendwie gerade also ich kann jetzt irgendwie damit nichts anfangen leider ich weiß auch nicht ob das hier wächst ne also das sieht schon ein bisschen größer aus gefühlt aber ich weiß es auch nicht genau kann man da jetzt wirklich Wasser rein machen ich muss das probieren Leute wir nehmen mal den Wasserbeutel das ist der Beutel so dann trinke ich was ich versuche das nochmal mit der Gießkanne aber die Gießkanne reagiert nicht ok ich muss was essen Gießkanne reagiert nicht kann ich vielleicht mit dem Wasserbeutel ne ja schade gib mir mal so ein Melon äh so ein Kürbischstück also ich kann mir jetzt nur vorstellen dass es einfach noch nicht funktioniert dass es einfach noch nicht möglich ist schreibt es mir gerne in die Kommentare wenn ihr das wisst also die Erde ist nass man sieht das oder habe ich irgendwas verkehrt gemacht mit dem auffüllen finde ich übrigens sehr 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 cool dass man das hier so sieht kann ja nochmal gucken bei Einstellungen ob ich hier irgendwas sehe mit äh mit der Gießkanne oder so was ist hier klassisches bauen Blockform ändern achso das habe ich auch noch gesucht ähm Journal ne interagieren F ja aber aber F macht ja nix ja also die Gießkanne I don't know ich stelle die jetzt erstmal hier rein genauso wie die alten Werkzeuge Hacke so das ist meine neue Hacke so den zweiten Schrank stellen wir jetzt mal hier auf die Seite und dann finde ich ist das doch erstmal ganz cool warum ist das hier so hell hier drinnen draußen ist voll dunkel hier drinnen ist voll hell okay wir bauen uns jetzt hier noch schnell eine ein paar Fackeln oder Wandfackeln ich glaube ich hätte gerne Wandfackeln dafür benötigen wir aber eine normale Fackel dafür brauchen wir Stöcke Stöcke müssen wir bauen so so gibt keine passende Werkbank in der Nähe ist das so so und dann machen wir uns hier so ein paar Wandfackeln ich glaube das ist eine gute Idee das heißt wir bauen uns muss wieder in die Nähe der Werkbank erstmal ein paar Fackeln 6 und dann bauen wir uns 6 Wand was Amboss ist doch hier so perfekt okay machen wir machen wir hier eine ja das ist so schön dann machen wir hier eine hier hier und hier hier warte jetzt gehe ich erstmal schnell schlafen in meinem super tollen Zelt und werde aber nochmal schnell diese Fackel hier setzen und zwar direkt an die Tür das ist so gut ich liebe es guck mal voll gemütlich hier bei uns in der Bude hier machen wir auch noch eine hin so perfekt dann gehen wir erstmal schlafen und es ist ständig am regnen aber leider kommt hier kein Wasser in meine in mein Fass das ist bisschen schade und weißt du was ich jetzt noch mache ich habe eine Idee warte mal den den stellen wir da vorne hin ich weiß jetzt äh bei der Ausstrahlung der Folgen ist es schon ein bisschen später als jetzt zu meiner Zeit weil ich bin immer noch zwischen Weihnachten und Silvester in der Aufnahme während das was jetzt passiert was ihr seht schon weiter in der Zukunft ist ähm aber nichtsdestotrotz würde ich gerne den hier in die Bude stellen ich glaube das ist süß ach guck mal kleines Häuschen denn der fette Baum daneben ist doch schön das ist doch cool guck mal und hier steht er nämlich richtig weißt du so kann Baum mit ist da steht er einmal richtig sehr schön so den lassen wir erstmal hier stehen das Ding ist mir viel zu groß vielleicht vielleicht sollte ich lieber ne wie machen wir denn das das Ding ist so riesig das muss dann ins richtige Haus ne okay also ich muss auf jeden Fall dafür Sorge tragen dass ähm der alte Blueprint hier irgendwie reinkommt in das Spiel oder die beiden Blueprints die ich habe glaube ich habe ja nur zwei gehabt oder so weil meinen Stall habe ich leider nicht mehr da habe ich irgendwie weiß ich nicht warum irgendwas mit dem Safe war schief gelaufen und der Stall war nicht mehr da ich habe auch kein Blueprint davon also habe ich die Finca hoffentlich noch und die alte Bruchbude die finde ich aber nicht so geil deswegen ich finde die hier viel viel schöner das ist echt süß geworden finde ich also das ist schon süß geworden unsere unsere Bude hier so wir müssen auf jeden Fall ein Bett bauen äh hallo was ja wir müssen auf jeden Fall ein richtiges Bett bauen und wir müssen raus in die Natur und noch mehr Saat holen also zumindest Saat die wir noch nicht haben weil Kürbis können wir vervielfältigen wir können das alles vervielfältigen was wir jetzt haben auch aber noch ein paar andere Sachen und dafür müssen wir natürlich raus und suchen gehen was das Zeug hält ich würde dann eher in diese Region erstmal laufen weil da hatten wir ja die Wassermelonen gefunden und mal gucken was wir noch so alles finden werden und das machen wir dann aber in der nächsten Folge und gucken mal dass wir hier ein bisschen was zusammen kramen und danach würde ich gerne weitermachen in unserer Höhle in unserer Wohnhöhle die halt ein bisschen auskleiden und ein bisschen hübsch machen mit Lichtern und Pipapo ich weiß noch nicht genau was das hier werden soll ich find's kacke dass der Nebel hier drin ist find ich überhaupt nicht gut aber das soll auch nochmal sehr interessant werden und hier möchte ich halt irgendwie an Ressourcen kommen über das Ding und äh ja alles andere wird sich irgendwie ergeben bin ich mir relativ sicher wie das halt immer so ist bei Rising World und ich freue mich übrigens sehr über ein Abo und über einen Daumen hoch und dann auf die nächste Folge macht's gut Tschüss Gott ist das neblig meine Güte für Vielen Dank.